Fact Friday ist zurück und nächsten Freitag geht's auch schon los, mit der nächsten neuen Folge. Aber was ist Fact Friday? Wie schon im Namen erwähnt, handelt es sich um Fakten. Und zwar immer um 10 Fakten über ein random Thema. Und jetzt kommt's, meine Lieben. Nach jedem Video könnt ihr jedes Mal abstimmen, über welches Thema ich zum nächsten Freitag 10 Fakten bringen soll. Daher könnt ihr jetzt hier in diesem Video abstimmen, über welches Thema, egal was, ihr gerne mal 10 Fakten hören wollt. Schreibt euren Vorschlag unten in die Kommentare. Und jeder andere von euch, wenn euch dieser Fact auch mitgefallen würde, dann gebt diesen Kommentar einen Daumen nach oben. Der Fakt mit den meisten Daumen nach oben kommt beim nächsten Freitag dran. Von daher, meine Lieben, haut in die Tasten und gebt rechtzeitig eure Vorschläge mit ab. Ich freue mich auf eure Kommentare und wenn euch das Format gefällt, dann gebt natürlich diesem Video kräftig einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch nicht zur Adventure Community gehört, dann lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag, morgen einen guten Start in die Woche. Und von daher, das war Alter, ihr und ihr mit euren Alter, ihr. Wir, meine Lieben, das seid ihr und gemeinsam sind wir hier. See you later, Alligator und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter, ihr und wir. Bis zum nächsten Mal wieder. 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 Bis zum nächsten Mal.